Moin Freunde und willkommen wieder zurück auf meinem Kanal Droxxys. Heute war das riesen Star Wars Update und wir haben einfach kostenlose Skins bekommen. Heute um 13 Uhr kommt noch ein Video wie ihr den Darth Maul freischalten könnt. Ganz einfach und ganz easy Freunde. Aber es geht jetzt nicht darum denn es geht erst um den eigenen Shop. Leak haben erst herausgefunden. Travis Scott kommt die nächste Zeit jetzt in den Shop Freunde. Falls du neu bist lass erst mal ein Like und ein Abo da und kommentiere gerne dieses Video. Wie kam es herausgefunden, dass Travis Scott back kommt Freunde. In der nächsten Zeit wird Travis Scott back kommen und wenn du wissen willst wann Travis Scott back kommt, schau dieses Video bloß bis zum Schluss an um keine Infos mehr zu verpassen. Aktiviere die Glocke. Ändert sich der ein Job und ich bin gespannt wann Travis Scott reinkommt Freunde. Ey ich glaube dass mir nicht wann Travis Scott reinkommt obwohl ich das gehört habe. Ihr wisst ja man hat ja gesagt an sein Geburtstag kommt vielleicht Travis Scott rein. Aber so war das dann doch nicht meine Freunde. Hier natürlich der Dummy Fit 1200 Bebugs den man holen konnte. Der Shop war lame außer die Star Wars Skins die dann nach dem Update reinkommen. 36 Sekunden noch meine Freunde und dann geht das los. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr schon die Aufgaben erledigt denn die Aufgaben sind ganz simpel und einfach. Wie man hier schon sieht habe ich noch hier zwei Aufgaben. Aber die zwei Aufgaben mache ich morgen easy fertig. Und dann bin ich fertig. Und dann habe ich mal alle Skins von Star Wars. 50 Sekunden aktualisiert sich dann in der Shop und wir werden dann mal sehen was heute im Shop kommt. Ich bin sehr gespannt Freunde. Falls ihr neu seid lasst gerne ein Like und ein Abo da würde mich mega freuen wenn ihr ein Teil der Community werdet. Ich bin jeden Tag live gerade auf Twitch. Also checkt ihr nach Twitch auf meine Freunde. Da heiße ich drogses. Okay der Shop aktualisiert sich. Ich bin gespannt was die drinnen haben. Ich bin gespannt erst mal ganz runter. Das Group Paket ist drin. Welche Post ist drin. Alles normal. Danach ist der Sharp Feld Wiebel drin. Also der Kommandant besser gesagt nenne ich den. Vor dass diesen 2.200 Wiebachs. Er ist es auch in der Shop drin. SP ist drin. 480 Wiebachs. Auf jeden Fall ein geiler Skin gefällt mir. Dann Himmel. Rochen ist auf jeden Fall drin. Sehr schöner Hengengleiter mit Lichter gefällt mir. Auf jeden Fall sehr gut. Und Sauer. Brandfehl 500 Wiebachs. Sollte wie X-Royne da oben. Da sind wir schon. Licht wie Paket ist drin. Für 2.000 Wiebachs könnt ihr euch den dann holen. Was alles inbegriffen. Ein Rücken das war eine Spitzacke. Ein Hengengleiter. Eine Waffe Lackierung und der Skin natürlich. Ihr könnt natürlich auch alles einzukaufen. 1.500 Wiebachs. 500 Wiebachs. 800 Wiebachs. 800 Wiebachs. 800 Wiebachs. 300 Wiebachs. Freunde. Schreibt mal so oft wie ihr könnt euren Epic Games Name in die Kommentare. Denn ich verlose ein Tanz Freunde. Also schreibt so oft wie ihr könnt euren Epic Games Name in die Kommentare. Weiter um haben wir den Schmierfink meine Freunde. Einmal ein Paket für 2.300 Wiebachs. Und dann weiter 1.500 Wiebachs. 800 Wiebachs. Da haben wir einmal Tinten Kopf meine Freunde. Oder nach einmal Schmierseelen. Haben wir einmal als Wappenlackierung. Könnt ihr euch schnell durch einzeln. Oder einmal im Pack kaufen. Dann ist einmal der Cartoon Katzen. Der Cartoon Kart da drunter. Einmal für 1.700 Wiebachs. 1.000 Also im Pack 1.700 Wiebachs. Ist auf jeden Fall mega günstig eigentlich. Einzel kauft ihr das auf euch statt für 1.400 Wiebachs. 800 Wiebachs. Und 200 Wiebachs Freunde. Die Spitzacke gefällt mir eigentlich hier sehr gut. Sage ich euch ehrlich. Dann sind ganz viele Waffenlackierungen drin. Ich weiß auch nicht warum Freunde. Dann ist einmal die Waffellackierung drin. Einmal die. Einmal Hitze. Hitze sieht eigentlich sehr günstig aus. Gefällt mir eigentlich. Einer ist bisher Magma. Bin ich ehrlich. Dann weiter Froststrahlen. Schmierselt Gold und Brennstein. Und so weiter. Seite. Könnt ihr euch dann holen. Für 500 Wiebachs. Bis 200 Wiebachs. Und Lama Liga. Gefällt mir meistens. Könnte ich. Wir scrollen mal weiter nach oben. Und dann haben wir hier einmal ein neues Pack drin. Wo ihr 1.400 Wiebachs sparen könnt. Und das sind einmal. Das ist einmal Cody und Glitch. Meine Freunde. Mit Rückgangsfass und mit Waffellackierung. Könnt ihr euch das 2.400 Wiebachs statt 4.000 Wiebachs. Alles ist natürlich 1.500 Wiebachs. 1.500 Wiebachs. 800 Wiebachs. Oder im Pack 2.400 Wiebachs. Seite oben haben wir einmal die. Wir haben Spin Paket drin. Einmal mit dem Hängekleider. Einmal mit dem Tanzfreunde. Mit dem Tiefen Dab. Und einmal magische Schuluniform. Sieht natürlich mega nice aus. Ihr könnt natürlich alles wieder. 1.500 Wiebachs. 500 Wiebachs. Und 800 Wiebachs. Und 200 Wiebachs. Weiter oben haben wir einmal wieder Anakin Skywalker. Im Paket. Und das ist die Frage. Wann kommt Reviskott. Freunde. Die nächsten zehn Tage wird Reviskott hier im Shop. Ihr werdet es mir niemals glauben. Das ist wirklich wahr. Die Likams bestätigt Freunde. Reviskott kommt die nächsten zehn Tage jetzt in den Shop rein. Freunde. Wenn ihr das abgefahren findet. Lasst unbedingt ein Like da. Und lasst unbedingt ein Abo da. Und schreibt mal in die Kommentare. Wusstet ihr dass das Reviskott jetzt im Shop kommt. Ja oder nein. Ich bin gespannt Freunde. Und tragt gerne meinen Creator Codebox in den eigenen Shop ein. Ich würde mal sagen Freunde. Wir sehen uns um 13 Uhr zu einem neuen Video. Oder live auf Twitch. Haut rein. Tschö.